hey freunde willkommen zum heutigen test wir haben hier nochmal die donnervögel b von funke in der kategorie f3 wir haben hier noch elf stück zusammen verleitet eine kleine fliegerstaffel und dann würde ich mal sagen gehen wir raus und zünden die kleinen dinger preislich liegen wir übrigens bei der 12er packung ich glaube zwischen 5 und 8 euro je nachdem woher ihr sie bekommt kommt ja immer darauf an zusammen verleitet haben wir sie mit tape match oder matchtape je nachdem und dann würde ich sagen gehen wir raus zur zündung wird gleich so meine jetzt kommt die 12er oder 11er kette von den tötenringen oh waterhüt oh 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 Don't you know, pump it up?